So, 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 so. Hier hinten ist total verwuchert dann logischerweise, weil hier keiner hingeht. Sieht doch voll cool aus. Das sind so die Orte wo hier keiner hingeht, das ist was ihr dann in Ruhe lasst, deswegen sieht es halt so verwuchert aus. So, Zuckerrohr habe ich gerade nicht, kann ich aber holen. Andererseits, wie auch aus bei der Schafel, ich will die Schafel dazu umbringen. Das ist umbruxieren wollte ich sagen, nicht umbringen. Dafür brauchen wir aber noch etwas ganz Bestimmtes, was ich gerade nicht habe. Und zwar Zauntüren, weil unsere Garte ja momentan noch keine Zauntüren haben. So, komm mit. Zeugt mir doch, oder? Ja. So. Komm her. So. Dankeschön. So. Da haben wir ein graues Schaf platziert. Den brauchen wir jetzt gleich erstmal noch ein graues. Ich hole jetzt immer noch zwei von jedem rüber und der Rest, der wird dann unsanft in die Freiheit entlassen. Komm mit. So, dich will ich für mich haben. Komm. So. Auch du folgst mir. So. 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 da habe ich die erste Schafsbande schon mal beisammen. fehlt uns die nächste Farbe. So. 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 Wie eigentliches Problem mit mir. Leute. ich. habe gerade nur Verwendung für diesen Schaf. Du weißt du, d? Hallo, jetzt hab ich's festgemacht. Ich hab mir das alles einfacher vorgestellt. Ich hab aber noch ne Idee. Moment. Ich hab da ne andere Idee. So. Da hinten geht's ja nicht raus. Und hier kommen die Schafe eh noch nicht hoch. Gut. Es könnte jetzt dazu führen, dass ich gleich ein riesen Land voller Schafe hier habe. Ich hoffe einfach, dass es nicht so endet. Na komm. Ich glaube, ich gehe bevor ich das mache schlafen. Sonst kann ich mich nicht in Ruhe schafen. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Und wer hat gestern von euch das Fußballspiel gesehen? Deutschland gegen... Algerien. War ja gestern. Ich war ja sehr enttäuscht. Außer von Manuel Neuer. Der war Spitzenkandidat Nummer 1. Aber wir haben gewonnen. So. Jetzt, alles oder nichts. So. Jetzt hab ich die ganzen Kühe. Genau, dass ich das nicht haben wollte. Guckt mal hier. Liebe Freunde, guckt mal hier. Okay. Los, folgt mir. Ich habe was ihr begehrt. Stopp, bitte. Folgt mir. Folgt mir. Alle folgt mir. Alle folgen mir. Folgt mir. Alles zu machen. Haha, haha, haha. Dadadadadada. So. Mit. Komm mit. So. Komm mit. Ach komm, mach doch mal, was ich sage. Ist das dumme Schafkopf... Hallo, kommst du mal mit? Das Schaf kommt nicht mit, das andere rennt wieder weg. Will ich das verarschen? Ich dachte, die kommen mit, wenn man die Leine nimmt. Boah, der bewegt deinen Arsch hierher. So. Kommt mit. So. Hätten wir jetzt eine weiße und schwarze Schafe. Nächstes Gatter. Dann kommst du mit. Du kommst mit. Und du kommst mit. Ich habe jetzt gerade nicht genug davon. Deswegen. Meist mal so. Dann kommst du mit. Kommst du mit. Kommt her. Komm mit. So. So, das ist auch noch eins. Sind das weiße oder graue Schafe jetzt? Ich raff das nicht. Der Unterschied ist zu gering. So ein graues Schaf, oder? Ja, ich glaub schon. Habe ich denn... Nein. Auch nicht. So, das lief doch schon mal ganz gut. Nein, du bleibst da... Du bleibst... Oh Mann, dieses sackendämliche Schaf, ey. Komm her. Danke. So. Hier habe ich ein Schloss drinnen, genau. Ja, genau. Und hier... Brauche ich noch eins. So. Dann haben wir jetzt vier verschiedene Schafsarten untergebracht. Bringen wir mal fünf verschiedene unter. Die haben momentan noch alle andere Farben. Das liegt natürlich daran, dass ich denen die Farben danach es gebe. Boah, das ist ja mein liebes Schaf. Dankeschön Schaf. So, fünf verschiedene Schafsarten. Jetzt muss ich dir noch zurechtige Farben geben. Und... Ja, da hinten läuft, glaub ich, auch eins rum. Ich kann's grad nicht sehen von hier, aber ob es ein Schaf ist. Können... Ne, ich spinne, dass es nicht. Dann hätten wir das nämlich auch geklärt. Äh... Dann gehen wir mal nach oben. Ich hab kaum noch was zu essen, sehe ich gerade wieder. Boah... Nahrungsmangel. Neiiiin. Will ich nicht haben. Äh... So. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Nein, das hat keiner gesehen. Was? Jetzt will ich töten. Ich töte Kühe. Würde ich nie machen. Kühe töten? Ich? Bin der Kuhliebste. Bleib doch mal stehen, du dummes. Liebes Küchen. Du liebe Kuh. Bleib bitte stehen, du liebe Kuh. So. Hier unten war doch auch noch keine Kuh, oder? Richtig. Hier war auch keine Kuh. So. Hopp, 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 hopp. So. So, hab ich natürlich überhaupt keinen Platz für sowas wie wolle. So. Auch hier nochmal drüber. Darf ich immer noch, wie die Schafen jedes Mal reinkommen. Also wirklich jedes Mal wieder hier. Äh, die Schafe, die Hühner. Ich muss hier mittlerweile 5.000 Mal terminiert haben. So. Da wieder ein Huhn und da wieder ein Huhn. Hallo, stirb. So. So, jetzt haben wir hier noch. Kühe und Schweine. Und ein Schaf. Kein Schaf, meine ich. Kein Schaf. Ähm. Der Kuhbestand hat sich natürlich gerade ein wenig detiniert. Aber das will ich gleich wieder klären. Achso, würde ich diesem Schafen auch zeigen, dass es nie existiert hat. So. Ist halt auch kooperiert. Ich dachte natürlich ja, der wird schon recht haben. Mit dem, was er da gegen meinen Kopf schmeißt. Und hat dann kooperiert friedlichst. Aua. Aua, was war denn? Achso, ich verhungere. Äh, kann ich nicht pflanzen? Da ist ja, kann ich pflanzen. Wenn ich nur verhungere, na dann. Bin ja nur ich.